So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Outkast, Second Contact, das Spiel, also das Outkast, das 2017 rauskam, die Überarbeitung. Ich glaube, als letztes hatten wir gesehen, dass Wolf uns angefunkt hat über Dingsbums. Na, wie heißt es? Ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall wurde irgendjemand gekidnappt, irgendein Sohn von einem Bekannten, Eingeborenen und der wurde irgendwo in die wasserreiche Region gebracht. Deshalb standen wir jetzt hier vorm Tor, beziehungsweise dort hatte ich ausgelockt. Und dort soll er umgemodelt werden, dass er stirbt. Also müssen wir mal da rüber. Okay, da drüben in dem Turm. Nehme ich mein Reittier mit? Komm, das lassen wir hier. Das lassen wir am Tor. Da finde ich es wieder. Oh, komm. Was haben wir denn? Älfer Waffen. 1000 Schuss. 1000 Schuss ist super. So, dann bleiben wir mal hier dabei. Hopp. Auf der Minimap ist ein roter Punkt angezeigt. Das heißt, irgendwo... ...dann wird der Typ sich verstecken. Verstecken. Ich würde mal vermuten, oben, oder? Okay. Das geht nicht hoch. So, hier irgendwas klicken. Feuer machen. Keinen Schritt weiter, Ulukai. Okay, ein Video. Du musst Kroak sein. Ich habe einige sehr unschöne Dinge über dich gehört. Kroak. Lege deine Waffen nieder. Jetzt hält ich ihn nicht. Wie heißt das Zauberwort, Kumpel? Siehst du, Kroak? Und du hattest Sorge, er würde sich ranschleichen. Hallo, Commander. Nein, das heißt jetzt Ukulele, oder? Ukulele? Wo zum Teufel sind die Wächter? So. Aha, die. Wo sind nur meine Manieren? Wollen sie ihre Wächter medium oder guter? Wer kann ich leider nicht bieten? Ich bin kein so guter Koch. Sie mieser Bastard. Hahaha, mein Held. Bevor Sie übermütig werden, darf ich Sie daran erinnern, dass die anderen da drinnen das Feuer erwartet? Legen Sie die Waffe nieder, oder ich lege noch mehr Kohlen auf den Grill. Auch wenn ich meine Waffen niederlege, Sie werden ja doch sterben. Nein, danke. Ich kümmere mich lieber gleich um Sie. Dann also auf Ihre Art. Uhu. Kroax, bitte kehre ihn um, während ich mich um brennendere Angelegenheiten kümmere. Verdammt. Macht nicht zu. Krieger mit Daolukai. Ist der unsichtbar oder was? Gibt's denn sowas? Oh, hat's geknallt. Kann ich durch den Regen was erkennen? Fallt der irgendwo ab? An einem unsichtbaren Kerl? Was ist das für eine Reißleine? Was kann ich damit? Irgendwas machen? Ja. Ich bin ein Flammenwerfer. Komm, schieß. Warum schießt der nicht? Das ist ein Wack oder ist das normal, dass die unsichtbar ist? Wack. 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 Habe ich mich selbst angezündet? Haha. Scheiße. Erneut versuchen. Wow! Wow! Okay, das war ein Bug! Oh, scheiße! Yes. So. Wow, wow, wow! Äh... Ah! Scheiße! Gewonnen! Jawoll! Wow! Du gehst nirgendwo hin, Freundchen! Ach nein! Das sehe ich anders! Hopf, wer geht's? Ich meine Hund, aber keine Sorge! Ich werde dich wiederfinden! So. Wieso ist hier... ...ne... ...Projektion von mir? Ich hab da gar nicht sowas aktiviert... ... ...Metal geordnet! Ah... ...Metal geordnet! ...Metal geordnet! So, kommen wir jetzt hier rein... ...Metal geordnet! Wir probieren's mal mit... ...Dynamite! ...Metal geordnet! Oh! Geht jetzt die Tür auf? Scheiße! Was haben wir denn noch so für Ideen? Eine Tür abfackeln? Trinkt wohl auch nicht. Wer bist du? Jan Zoraks Sohn. Kann ich gleich automatisches Speichern? Warum? Kann ich jetzt hier irgendwo interagieren? Metall. Metall. So, alle platt, oder? Scheiße, das ist ein Bug, das muss ein Bug sein. Fremdes Material geortet, äh, geortet, äh, geortet. Ich geh mal ganz kurz in die andere Region und dann wieder zurück. Mal schauen. Tut mir leid wegen dem Bild. Warte, Bildschirm jetzt.